Noch einen Espresso. Oh, 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 oh. Ja, Uba! Oh, Bär! 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 Hallo? Herr Opa? Herr Opa? Oh, Bär! Oh, Bär! Oh, Bär! Das gefällt mir sehr gut! Hast du es verstanden? Ja, du bist der Ober, gell? Habs mir gleich gedacht! Oh, Bär! Oh, Bär! Na, Wichtig! Ja, ja! Der kreierte Tisch mit dem Salz, den kenn ich! Der gefällt mir sehr, sehr gut! Mhm! Aber sag, ist das, ist das Paris? Pferlich, hm? Hm? Naja, eigentlich, eigentlich finde ich das sehr traurig! Man sieht, dass du unter der Fittiche des Alltags stehend sehr leidest! Wirkst so einsam, wie es da sitzt und schaust und rufst SOS! Hm? Aber naja, wieso stellst du dann eigentlich den Espresso auf den Kopf? Ist das die Hoffnung? Na, jedenfalls toll! So eindeutig! So eindeutig schön! Schön! Wie findest du eigentlich meine Schenkel, Robert? Jetzt, du kommst mit Papa! Dann, du kommst mit Papa! Ich bin mal auf der Fittiche des Alltags ins Sunsetse! So, jetzt, das ist das hier! So, wenn ich das in einen Schenkel auf dem Kopf noch mal kaputt bin! So, wenn du dich schenkulierst!